Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Excel-Tutorial. Heute habe ich eine Funktion für euch, die ich persönlich davor noch nie verwendet hatte. Das heißt, für mich war sie komplett neu und möglicherweise für euch auch. Also schauen wir uns das mal an. Ich habe hier folgenden Sachverhalt. Und zwar, ich habe hier drei verschiedene Tabellen. Also eine für Bundesland, Vertriebler und Produkt. Und das gleiche hier nochmal für andere Bundesländer und hier nochmal. Und jetzt ist es so, ich möchte die Tabellen zusammenfügen. Wie kann ich das tun? Und wir alle wissen, dafür können wir beispielsweise Power Query verwenden. Das habe ich auch schon mal gezeigt in anderen Videos. Aber wir können das Ganze auch über eine Excel-Funktion lösen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar die sogenannte V-Stapeln-Funktion. Das heißt, ich werde es mal zeigen, wie das funktioniert. Ich kann jetzt hier reingehen und einfach sagen, ist gleich. Und wenn ich jetzt hier V-Stapeln suche, dann finde ich das hier. Und es tut genau das, was hier steht. Also es stapelt, äh, was steht da? Ja, Matrizes. Okay, es tut nicht genau das, was hier steht. Also es stapelt Matrizen, müsste das ja eigentlich heißen, vertikal in eine Matrix. Ja? Und was das bedeutet, ist einfach nur, dass es genau wie Power Query in der Lage ist, Tabellen zusammenzufügen. Also bei mir sind die jetzt alle auf diesem einen Tabellenblatt. Aber stellt euch vor, ihr könnt natürlich auch verschiedene Tabellenblätter dafür verwenden. Möglicherweise sogar verschiedene Excel-Lateien, ja? Wo ihr irgendwelche Referenzen erstellt. Und wenn ich jetzt hier eben das Ganze mit Arrays eingebe, dann kann ich jetzt hier meinen ersten Bereich auswählen, zum Beispiel den hier. Wobei ich das nicht mit der Überschrift haben möchte, also kann ich auch einfach eigentlich hier reingehen und das Ganze so machen, so, beispielsweise, also Tabelle 19 und dann beispielsweise mein nächstes Array nehmen, zum Beispiel dieses hier, die nächste Tabelle und dann beispielsweise hier noch eine dritte, also diese Tabelle hier und das Ganze dann noch schließen. Und wenn ich das ausführe hier, seht ihr, ich bekomme jetzt hier genau die Tabelle in der Struktur. Also ich mache das jetzt gerade ein bisschen größer hier. So, und dann habe ich jetzt hier meine Tabelle. Also genau so, wie das Ganze jetzt hier eben zusammengefügt ist mit den verschiedenen Spielkonsolen und den Grafikkarten hier. So weit, so gut. Und was kann ich jetzt damit machen? Naja, was oftmals gewünscht ist, ist ja sowas wie ein S-Verweis, ja? Das ist ja eins der häufigsten oder die häufigste Funktion. Und da ist es natürlich immer ganz einfach, okay, wenn wir in der ersten Spalte suchen, weil das ist ja eine Voraussetzung dafür, deswegen hat Microsoft ja auch den X-Verweis eingeführt, da gibt es das jetzt nicht mehr, diese Einschränkung. Aber zusätzlich haben wir oftmals nochmal das Thema, dass wir ja in einer einzigen Tabelle suchen. Und genau hier könnte man ja sowas auch mit anwenden. Also wenn ihr euch mal vorstellt, okay, anstatt dass ich jetzt hier zum Beispiel eine Tabelle habe, habe ich halt verschiedene Tabellen, die irgendwie verteilt sind in meiner Arbeitsmappe und jetzt möchte ich eben entsprechend hier beispielsweise mal den Sheldon, den John und die Amy hier, die habe ich jetzt hier rausgenommen, ja? Und wir sehen ja hier, der John taucht irgendwo hier auf, der Sheldon, der taucht zum Beispiel hier auf und eben die Amy, die ist in Hessen aktiv, ja? So, und jetzt interessiert mich beispielsweise das Produkt, was ich halt jetzt für die Personen hier herausfinden möchte. Ja, dann ist die Frage, wie kann ich das machen? Und dafür kann ich auch das hier verwenden. Wenn ich das Ganze halt jetzt mit dem S-Verweis machen möchte, muss ich halt aufpassen, dass ich entsprechend hier, weil da brauche ich ja den Namen der ersten Spalte, dass ich dann halt nicht mit jetzt hier das Bundesland mitnehme, ja? Aber an sich funktioniert das ja, muss ich reingehen, hier ganz genauso. Also anstatt hier zum Beispiel das hier zu sagen, könnte ich ja auch sagen, hey, Moment mal, gib mir doch einfach mal den Teil hier, also das hier von der Tabelle, das heißt eben nur dieses Subset, diesen Teilbereich und dasselbe Spiel natürlich für die anderen beiden. Also auch hier gibt mir den Namen das Produkt und auch hier gibt mir den Namen das Produkt, also so entsprechend, ja? Schließe ich das Ganze hier, ist schon geschlossen, führe ich das aus und habe jetzt hier halt wieder mal eine Tabelle, die halt jetzt etwas kleiner ist. So, und die kann ich ja verwenden. Also ich kann jetzt hier ja sagen, also ist gleich jetzt hier S-Verweis, so, und da brauche ich halt ein Suchkriterium, was jetzt hier in dem Fall das hier ist, okay? Okay, ich muss es gleich noch anpassen, ich weiß, aber bleibt mal kurz bei mir. Und jetzt brauche ich halt genau das, was hier steht. Also das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz, mache ich hier ein Derzeichen rein, so, und da nehme ich das jetzt einfach raus, ja? Da muss ich es nochmal schreiben, kopiere mir das einfach zusammen, Storn C, und so, okay, dann gehe ich jetzt hier wieder rein, so, okay, nehme das Derzeichen wieder raus und führe das mal hier ein, so, also das ist meine Matrix, ich suche hier entsprechend nach der, dem Vertriebler, also der ist in der ersten Spalte, und ich suche jetzt hier welche Spaltenindex, ich möchte das Produkt haben, also den zweiten, und eine genaue Übereinstimmung, also 0, dann führe ich das aus und bekomme erst mal nichts zurück. Warum das? Naja, wir haben halt hier, ich war jetzt ein bisschen faul und habe hier nur Sheldon reingeschrieben und eben nicht Sheldon Cooper. Also, ich könnte jetzt entweder sagen, okay, das ist der Sheldon Cooper, so, dann finde ich natürlich hier seine Playstation, ja, natürlich, das ist schon die Playstation 6, der hat schon Zugriff auf das neue Modell, oder aber ich sage, naja, ich bleibe jetzt mal beim Sheldon, so, aber ich möchte ja trotzdem einen Treffer haben, dann machen wir das Ganze über die Platzhalter, ja, also, das heißt, ich gehe rein und sage, ich suche jetzt nicht genau nach A, sondern ich suche nach dem Stern, wo ist er denn hier, also Stern bedeutet ja alles, dann verknüpfe ich das mit dem A, und da jetzt der Cooper ja als Nachname dahinter steht, bräuchte ich eigentlich den Stern da vorne nicht, aber den nehme ich mal zur Sicherheit halber mit rein, und verbinde das wieder mit dem zweiten Stern, hier so, also, das heißt auch, dass der Nachname hier noch mit abgegriffen wird. Und wenn ich das jetzt ausführe, so, bekommen wir jetzt auch die Playstation, obwohl hier Sheldon steht, und hier halt Sheldon Cooper, ja, also, unsere Kollegin war hier so nett, wirklich den vollen Namen reinzuschreiben, und wir waren halt leider ein bisschen faul, aber auch das kriegen wir hier schön hin. Wir müssen natürlich nur aufpassen, wenn jetzt hier noch ein anderer Sheldon auftaucht, ja, dann natürlich wird das problematisch hier. Gut, also, jetzt haben wir das, und das gleiche Spiel auch für die anderen beiden, also, das heißt, das können wir jetzt mal runterziehen hier, und dann sehen wir auch hier eben die Xbox für den John, und die Nvidia 4090, ja, die Amy, die hat gleich mal richtig losgelegt hier, ähm, sehen wir auch hier, also der Treffer hier, und eben für den John hier die Xbox. Genau, und so können wir also diese Funktion beispielsweise nutzen, ja, und das Schöne ist halt auch, ich kann jetzt hier beispielsweise mal den Daniel reinschreiben, das ganze Ding ist ja dynamisch, ja, also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ja, ich ergänze das mal, jetzt haben wir hier jemanden, der, weiß ich nicht, der sitzt jetzt hier in Bayern, so, und in, der heißt jetzt hier Daniel, so, und der kauft sich jetzt eine, naja, er braucht, er kauft sich eine Radeon, und jetzt eine 3080, ja, ähm, zum Beispiel, genau, spüche ich jetzt hier ein, ihr seht, das ist hier dazugekommen, quasi, äh, Daniel 3080, und wenn ich jetzt hier entsprechend das ganze Ding nochmal runterkopiere, so, bekomme ich also auch für mich entsprechend dann den Treffer, ja, also, das ist es eigentlich zu dieser, ähm, ja, V-Stapeln-Funktion, also, ich finde die wirklich super interessant und super hilfreich, ja, da spart man sich vielleicht auch, äh, die einen oder anderen komplizierteren Formel, die man vielleicht davor eingesetzt hat, oder möglicherweise auch Power Query, obwohl Power Query echt toll ist, keine Frage, aber trotzdem, das ist echt eine tolle Funktion, ich kannte sie nicht davor und hab sie da gesehen, in einem, ja, in einem Blogbeitrag gelesen darüber, um genau zu sein, und fand das einfach interessant und dachte, das ist vielleicht auch für euch interessant und ihr möchtet es auch gerne selbst mal ausprobieren. Ein kurzer Hinweis noch, es könnte natürlich sein, diese Funktion, ich glaube, die ist noch relativ neu, das heißt, die ist mit Sicherheit in älteren Explorationen nicht verfügbar, also, davon würde ich jetzt mal ausgehen, wenn ihr das genau wissen wollt, findet ihr das natürlich auch auf der Microsoft Homepage, da gibt es nämlich eine Seite, da steht dann auch eine Übersicht, welche Funktionen wo verfügbar sind, ja, da muss man sich ein bisschen durchkämpfen, ähm, aber gibt's da auf jeden Fall auch zu finden. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt dazu, oder auch einen Anwendungsfall für euch seht, schreibt das gerne in die Kommentare, auch wenn das Video euch weitergehoffen hat, freut mich nämlich immer sehr, ansonsten, wenn es der Fall auch war, dass es euch weitergehoffen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, das zeigt auch, dass ihr vielleicht mehr davon sehen wollt, ja, und ich suche ja noch weiter nach nützlichen Funktionen, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wisst ihr ja, ich freue mich immer, wenn ihr dazu kommt, und auch den Kanal abonniert, weil das ist auch noch eine zusätzliche Motivation für mich selbst, und auch ein kleines Feedback, und auch ein Dankeschön, das heißt, vielen Dank dafür, ansonsten, bleibt gesund, und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.